Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Software Engineering. Heute schauen wir uns die übrigen drei Prinzipien an, die für euch beim Architekturentwerfen, das heißt beim wirklich groben Softwareentwurf, sehr sehr wichtig sein sollten. Und ihr solltet es vielleicht auch nicht vergessen, wenn ihr dann an die feingranulareren Dinger geht. Okay, das erste von den dreien ist das Principle of Least Knowledge oder manchmal auch known als das Gesetz von Demeter oder Law of Demeter, was in etwa so viel besagt, wie wenn ihr auf Daten zugreift, dann solltet ihr das nicht so furchtbar machen, wie das da unten, denn das kann keine Sau mehr lesen. Das ist ungefähr Java Code zumindest, aber das Problem ist dabei nicht, dass es irgendwie falsch ist, sondern dass ihr erstmal auf ein Objekt zugreift, dann von diesem Objekt irgendwas auslest, dann wiederum von dem was auslest, dann wiederum von dem was auslesen und so weiter und so fort. Ihr versteht glaube ich, was ich meine. Man sollte sich möglichst auf eine Ebene beschränken, das heißt, wenn ihr Sachen in eurer Klasse gespeichert habt, dann dürft ihr die verwenden, also irgendwelche Parameter oder sowas, die ihr bei euch in der Klasse gespeichert habt, die könnt ihr gerne verwenden, alles andere, also das heißt Parameter von Parametern schon, ist eigentlich schon nicht mehr so gerne gesehen, das heißt this.data, okay, kein Problem, this.data.irgendeine Methode geht gerade noch so, aber dann hört es auch schon auf. Also das heißt, this.data.getOtherClass wäre noch in Ordnung, aber getThirdClass definitiv nicht mehr. Ja, und selbst getOtherClass sollte man möglichst vermeiden und in eine eigene Methode kapseln. So lauten zumindest die Regeln. Mir ist klar, dass man das nicht immer berücksichtigen kann und auch nicht immer machen möchte, weil man auch faul ist. Ich bin selber ein fauler Mensch, aber ja, trotzdem sollte man möglichst in die Richtung zumindest arbeiten. Gut, dann Jagni und Try. Bei Jagni habe ich tatsächlich einfach nichts da, weil genau das ist es im Endeffekt. Möglichst schlanker Entwurf. Das heißt, ihr wollt nicht schon jedes Feature einplanen von vornherein, sondern ihr baut euch vielleicht einen Punkt, wo man sagen kann, hier kann ich noch Schnittstellen oder hier kann ich noch weitere Features einbetten oder sowas. Aber ihr baut euch nicht jedes Feature schon beim ersten Entwurf ein. Das kann man gar nicht, weil dann können wir gleich wieder Wasserfallmodell machen, dann brauchen wir kein Scrum oder sowas machen, sondern ja, wir wollen Sachen entwerfen und dann im Nachhinein noch viel hinzufügen. Das heißt, erst mal muss nur die grundlegende Software rein und anschließend kommt dann das ganze andere Zeug. Das heißt aber auch, dass ihr jetzt nicht irgendwie schon 100.000 Plätze für Features reservieren müsst oder sowas. Nein, die kann man im Notfall später noch rein refactoren, so heißt das Ganze offiziell. Das heißt, man verändert den Code so weit, dass es einigermaßen noch Feature reinpasst sozusagen und ja, dann baut man eben dort das Feature ein. Das besagt Jagni oder ja, you ain't gonna need it. Weil man eben sagt, man braucht so früh noch nicht an alle Features zu denken und bis man dann wirklich so weit ist, dass das Feature rauskommen soll, bis dorthin hat man die Software eh so weit verändert, dass es überhaupt nicht mehr so möglich ist, wie man sich das überlegt hatte. Deswegen hier überhaupt nichts dazu aufgemalt, weil natürlich möglichst schlank kreieren. Okay, und das letzte Feature, das nennt sich Dry oder Don't Repeat Yourself. Das kennt ihr vielleicht, wenn ihr selber irgendwie programmiert. Da kommt es mal hin und wieder vor, dass man irgendwo sich erwischt, Copy-Paste zu benutzen. Sobald man Copy-Paste beim Coden benutzt, sollte da eine Alarmglocke eingehen und ihr solltet von links und rechts eine Schelle bekommen, denn man sollte niemals Copy-Pasten müssen. Alles, was gekopy-pastet wird, muss in einer eigenen Methode ausgelagert werden. Das ist ganz, ganz wichtig und das gilt natürlich auch für die Architektur. Wenn ein Modul dasselbe macht wie das andere, genau, dann habt ihr natürlich eigentlich nur ein Modul und ja, ihr dürft nicht Copy-Pasten. Das ist die Grundregel und so bleibt es natürlich auch. Okay, das waren die drei letzten Prinzipien. Und jetzt sind wir fit für die Architekturstile, die ich euch in den folgenden Videos um die Ohren hämmern werde. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und ja, wir hören uns beim nächsten Mal wie immer. Bis dann, ciao.